Ich habe unterwegs noch zwei andere gerettet. Ja, super! Das, den ich eintan. Ich bin ein echtes... Ich bin ein Teamplayer. Ja, schwenk. Aber nur im falschen Team. Ja, na dann beitreten. Ja. Er reagiert nicht auf beitreten. Jetzt. Wir müssen verteidigen. Verteidigen die Ziele! Hier rum. Nicht zu glauben mit dir, oder? Nee. Der Kerl ist zu nicht zu behauen. Wir verlieren Ziel Anton. Euch kann man nicht allein lassen, dann wird das Ziel Anton im Arsch. Die sind schon komplett bei A? Die sind komplett hier bei uns. Direkt überrannt haben die uns. Komme ich nur in die Drecksbude rein? Überall Stacheldrafen. Und wieder zwei, Schatzi. Oh. Ich bin in der Hütte, wenn du mich suchst. Granate, runter! Du hast gedacht, du könntest mich, du kleine Bisse. Warte. Jetzt bist du tot! Ey, ich habe mich auf Platz 1 hochkatapultiert. Schlagartig. Nach meiner Weltreise. Ich bin zweiter, ey. Unser Team, wa? Ja, geil. Jetzt wollen sie alle zu uns. Ja. Wo hast du denn die ganzen Leute geschossen, du Mörder? Na, hier vorne an der Ecke. Da tummeln sich alle rum. Kannst du mich mal retten? Auch nicht, ne? Wo bist du? Naja, du bist zu weit weg. Boah, schade. Trupp-Sporten, hier. Oh nein! Das war ja, warte, ich komm. Au, au, au! Ey, das ist eine Million, das ist eine Million. Gewinnen sie keinen Blumentopf. Und du, hier sind Chen. Tכול-Noch lebe ich, Schatzi. Nein, jetzt nicht mehr. So, ich habe zu sehen, wie du dich heldenhaft gewährt hast. Aber die waren zu viele. T indices ließ, Du dummer hier. Irgendwie laufe ich in der Schnecke hier jetzt? Sie kommen mir so langsam vor. Achtung, achtung ! Vor dir. Und da stehen noch unsere Leute zuhauf. Ja, denn merkt man das in die Dublin-Mö karşı, deshalb sieht man nicht. Da bist du ja wieder. ne ganz ordentlich ohne kondome das ist ja ekelhaft da mache ich nicht mal mit ich lasse ich nicht sterben ich lasse Hilfe für dich komm, geh mal da weg du Feigling auf wen schießen die da oben ich gehe hinten rum unten, siehst du mich ganz unten im schnee da ist er die merken dass ich komme von hinten das ist so geil weißt du wie geil das ist? ja scheiße jetzt hat er mich erwischt scheiße hast du schon mit einer Schicht im Schacht Kampfgebiet ja da musst du dann bitte hochlaufen ja die kommen wieder von vorne also was auch immer hier vorne ist ich komme wieder zu dir zurück ich bin tot ich komme gleich zu dir noch einer da kommt ein ganzer Schwarm ich habe da mal eine Granate hingeschmissen das hätte sich gelohnt da wären Ärsche aufgerissen worden frag nicht nach Sonnenscheiben 5 Sekunden ich will nicht ich will sofort sporen was ist hier los? wo bist du? ich bin bei Le Fleur gespawnt ich habe eine Granate für sie komm haut ab dass ich spielen kann haut doch ab du kleine Kanalratte unter Einsatz meines Lebens da liegt er in meinem Fass da liegt er Alter den mach ich kalt er hat ja den Arsch aufgerissen ich habe gar nicht gemerkt dass das ein Bein war schon war ich tot movement ist das der halbe Sieg die halbe Meter au Kopfschuss das Rostgewehr MK3 weg mich am Arsch und den habe ich auch schön entschieden geschossen ja du könntest da oben stehst na der T-Flux er könnte mich mal retten dem Re-Flux Re-Flux hallo Re-Flux 5 Meter neben mir ich rette dich auch oh nein jetzt bin ich beleidigt ganz ruhig bin ja da auf wir gehen auf B hopp hinten rum wir haben Auftrag zu erfüllen Meister ok sie sind los mit dir diese Spielerei die gehen nicht mehr weiter hab ich dich gerettet? ne ich bin Richtung B unterwegs reiner ich bin tot das gibt es gar nicht der Möbelfresser ich hab wieder nichts gesehen ich spalte mich wieder zurück ins alte Leben oh jetzt läuft es aber du ja wo sind die Hunde? wir müssen zu B ja wir gehen zu B ja lass uns zu B komm hier rum hier rum oben rum was rum? wo ich bin komm ah da ja sehr gut der Mann denkt mit ne nimm nur den kurzen Weg je älter er mir ist um so schwere sind die Knochen ja ja du bist noch jung an Jahren an Jahren ja du hast das Leben noch vor dir genau viele sehe ich gerade im Unsinn Schau mal an Granate guck mal hier oh ich hab 2 1 draußen mit der Granate Kaffe Ich halte mal Spärfeuer. Geh mal weg, ich mach Spärfeuer. Haben wir's? Habt ihr's endlich? Nee, die quillen hier an der Meerengar. Von Kippfall da. Aha, du läufst da unten, bist du das? Ja, sag ich schon rüben. Du willst das Pferd wirklich richtig von hinten aufzäumen. Gute Sorge. Aber warte bis ich da bin, nicht dass du das Fespen erst aufschlachelst und dann... Keine. Ich konnte mir ruhig doch eine billige Handgranate schmeißen. Hier, was ist? Du bist ein Denge. Achtung, Handgranaten, nehm dir! Oh, da geht drauf, geht da drauf? Nein. Warte. Superb, da bedanke ich mich recht herzlich. Du musst immer es auch... Aua! Mann! Versuchen wir hier, Leute noch mal zu retten. Na, rettet den! Hat sich einfach nicht gebückt da noch. Was war da los? Du drehst ja durch, 21, 10, was ist los mit dir? Hä? Keine Ahnung. Da vorne liegt einer von uns. Das bin ich. Hast du das? Nee. Ich hab mich selbst nicht gemacht. Der ist jetzt auf der Winkelseite. Ach so? Hä? Hat sich... Hä? Haben wir irgendwelche Sektoren verloren? Äh, mich? Ich bin bei dir. Ja, ich lass mich doch, wir können nicht mehr hoch. Ey, scheiße, die kommen ja alle schon von da oben. Ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich hinrenne. Ach, das sind viele... Ah! Liegst du das? Bist du das? Ne, ne. Ne Valente. Die Katharina Valente. Die Quellen aus allen Schlitzen hier. Oh, da kommt ne Meute, Alter, ne Meute. Wo kommt die? Die wollen... Ach, was weiß ich. Irgendwo in der Mitte. Dann schmeiß ich da jetzt Bomben nicht drauf. Ja, hier. Von der... Von der Richtung kommen die. Achtung, kommt. Adrenalin kommt, meine Mädels. Geht an die Deckung. Geht los. Okay. Okay. Ich werde nur in der Weltfalle in... Das wird schon irgendwie... Ich denke ich nicht mehr. Ja. Au, au, au. Ey, dreh dich rum! Inner dir sind sie! Ja, aber... Der steht da und merkt das. Die laufen alle an ihm vorbei. Die haben's ja nicht gemerkt. Unglaublich. Oh, schade. Da war noch einer. Der recht. Der andere mit dem Feuer. Geil, aber das bringt gar nichts, das kleine Drecksding. Ich bin tot. Hast du alle erledigt? So wie's aussieht, ne? Nee. Tot, ne? Oh, schade. Ich bin tot. Ich rette dich. Nee, das ist überhaupt nichts. Doch. Wir ziehen da das Fell ab. Au! Oh, jetzt haben sie irgendwo eine Bombe reingeklatscht. Aber jetzt war eine größere. Die ganze Hütte qualmt. Sieht's eigentlich gut für uns aus oder für die? Ich hab irgendwie einen Überblick verloren. Ich weiß es nicht. Ja. Hör ruhig an! Ich flieg dich zusammen! Also, die wohnen, die benutzen, wohnen nicht. Komm da drüber! Komm doch mal rüber! Komm da drüber! Es ist doch nicht... Hier, Medizin meiner. Ey! Oho! Ey, wo bin ich denn? Ich wär fast reingesprungen wegen dir. Ich auch. Ey, ich bin ja noch nie lang hier ran. Was ist denn das hier? Das ist Dingens halt. Da kann man schon drüber, wenn man will. Ja, aber da hinten ist schon wieder Schicht. Keine Sorge. Ich halt für dich. Hallo, der Nächsten. Und hier war noch einer. Und da ist er. Schatzi? Ich schläge pumpen in den Sack. Du liegst oben? Nee, ich schläge ihn jetzt pumpen in den Sack. Ach so. Ja. Die kommen jetzt. Die hatten wir nicht. Das war ich. Cool. Jetzt komm ich auf. Ja, Medizin. Achtung. Der Kanalratte. Ey, ich will dich retten aber. Ja, dann mach. So kann jetzt nichts passieren. Ich weiß gar nicht, wo du liegst. Da, da. Ich winke doch. Siehst du das nicht? Nö. Was? Ich seh... Ich seh dich nicht. Du bist vor mir. Renn mal Richtung mir. Da kommst du gerannt. Ja, weiter. Geradeaus. Hinter dem Ding vor. Hinter dem Vorhang. Hinter die Fahne. Jetzt legst du dich schon wieder in Deckung. Anstatt dass du zu mir kommen würdest. Mein Gott. So weit. Das ist doch nicht so drauf. Ach komm, ich renne jetzt 50 Kilometer wegen dir. Ich bin durchgekommen. Aber ich habe unterwegs noch zwei andere gerettet. Ja, super. Das bin ich ein. Ich bin ein echtes... Ich bin ein Teamplayer. Ja, ich merke. Aber nur im falschen Team. Nein, nur mal so. Was ist los? Warum kann ich nicht spawnen? Achso. Wenn fertig ist. Aber einen schönen Sieg haben wir ja. Einen schönen Sieg. 16, 15, 15, 35, 15, 28, 20. Wir könnten... Ja. Wir könnten... Oh, 35, 19. Cool. Das war der Ding der Andere, ne? von unten. Mhm. 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 Mhm.